Heute sehen wir uns den Superschlüssel und den künstlichen Schlüssel anhand eines Beispiels an. Zuerst habe ich hier noch einmal eine grobe Übersicht der Schlüssel angefertigt. Der Schlüssel ist eine Menge von Attributen, jedoch nicht minimal. Der Schlüsselkandidat ist eine Teilmenge der Superschlüssel und minimal. Der Primärschlüssel ist der ausgewählte Schlüsselkandidat. Der künstliche Schlüssel ist ein extra eingeführtes Attribut, um einen Datensatz eindeutig identifizieren zu können. Als Beispiel nehmen wir nun einmal den Entitätstyp Student. Wie wir sehen, hat ein Student die Attribute Name, Vorname und Matriennummer. Nun bilden wir die möglichen Superschlüssel. Sie sind alle Attribute in Kombination, die aus der Menge der Attribute des Studenten gebildet werden können und sich dazu eignen, einen Datensatz eindeutig identifizieren zu können. Ein Superschlüssel muss jedoch nicht zwingend minimal sein, das heißt, es können auch noch weitere Attribute mit dabei sein. Da es sich um eine Mengenangabe handelt, werden alle Teilmengen von zwei geschweiften Klammern umschlossen. Dies gilt auch für Attribute der Teilmengen, wie hier im Beispiel gezeigt. Der erste Superschlüssel, der gebildet werden kann, besteht aus Matriennummer, Name und Vorname. Der zweite besteht aus Matriennummer und Vorname und der dritte aus Matriennummer und Name. Und der letzte einfach aus Matriennummer. Nun ist die Frage, wieso Name und Vorname nicht als eigene Teilmenge bzw. Menge hier aufgeführt werden. Dazu sehen wir uns die einzelnen Attribute genauer an. Da ein Schlüssel eindeutig sein muss, muss es mindestens ein Attribut oder mehrere Attribute zusammengeben, die nicht doppelt vorkommen können in dieser Kombination. Der Vorname kann doppelt vorkommen, da nicht nur eine Person zum Beispiel Tim heißt. Daher fällt dieser schon einmal weg, da er nicht eindeutig identifizierbar ist. Dasselbe gilt für Nachname, da es sehr viele Menschen mit zum Beispiel dem Nachnamen Hansen oder Petersen gibt. Auch diese beiden in Kombination, zum Beispiel Tim Hansen, kann doppelt vorkommen. Wären dies unsere einzigen Attribute, so können wir hier keine Superschlüssel bilden und springen dann direkt zum Primärschlüssel, welcher aus einem künstlichen Schlüssel generiert wird. Die Matriennummer kommt unter Garantie immer nur einmal vor, da sie am Studenten bei der Anmeldung unter einer fortlaufenden Nummer zugeteilt wird. Daher erstellen wir alle möglichen Kombinationen aus Attributen mit der Matriennummer. Wird es ein weiteres Attribut geben, so gäbe es deutlich mehr Kombinationen. Noch ein Hinweis, ein Beispiel für einen zusammengesetzten Schlüssel zeige ich euch im übernächsten Video. So, das waren die Superschlüssel. Möchtet ihr noch ein weiteres Beispiel in einer späteren Übung, dann schreibt es in die Kommentare.